Gleis 302, Einfahrt RB37 von Bremen Hauptbahnhof. Ankunft 16.11 Uhr. Bitte nicht einsteigen. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse ICE 15, 85 nach Göttingen über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 16.19 Uhr von Gleis 101. Ihre nächsten Anschlüsse ICE 15, 78 nach Stralsund Hauptbahnhof über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 16.42 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 102. Direkt gegenüber RE20 nach Magdeburg über Stendal. Abfahrt 17.02 Uhr von Gleis 304. Und RB37 nach Bremen Hauptbahnhof über Zolltau. Abfahrt 17.07 Uhr von Gleis 302. Information zu ICE 15, 78 nach Stralsund Hauptbahnhof über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 16.42 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Ihre nächsten Anschlüsse RE3 nach Hamburg Hauptbahnhof über Lüneburg. Abfahrt 17.01 Uhr von Gleis 103. Direkt gegenüber RE20 nach Magdeburg über Stendal. Abfahrt 17.02 Uhr von Gleis 304. Und RB37 nach Bremen Hauptbahnhof über Zolltau. Abfahrt 17.07 Uhr von Gleis 302. Gleis 303. Steht RB47 nach Braunschweig Hauptbahnhof über Warenholz. Abfahrt 17.08 Uhr. Gleis 301. Einfahrt ICE 16, 75 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 17.15 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu ICE 20, 82 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 17.42 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt C. Ihre nächsten Anschlüsse RE3 nach Hamburg Hauptbahnhof über Lüneburg. Abfahrt 18.01 Uhr von Gleis 103. Direkt gegenüber. Und RE20 nach Magdeburg über Stendal. Abfahrt 18.02 Uhr von Gleis 304. Gleis 304. Einfahrt RE20 von Magdeburg. Weiter als RE20 nach Magdeburg über Stendal. Abfahrt 18.02 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Information zu ICE 16, 87 nach Hannover Hauptbahnhof. Über Zelle. Abfahrt 18.19 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Gleis 101. Einfahrt ICE 16, 87 nach Hannover Hauptbahnhof. Über Zelle. Abfahrt ursprünglich. 18.19 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu ICE 15, 76 nach Hamburg-Altona. Über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 18.42 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B und C. Gleis 102. Einfahrt ICE 15, 76 nach Hamburg-Altona. Über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich. 18.42 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B und C. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse. RE3 nach Hamburg Hauptbahnhof. Über Lüneburg. Abfahrt 19.02 Uhr. Von Gleis 103. Direkt gegenüber RE20 nach Magdeburg. Über Stendal. Abfahrt 19.02 Uhr. Von Gleis 304. Und RB 37. Nach Bremen Hauptbahnhof. Über Zolltau. Abfahrt 19.07 Uhr. Von Gleis 302. Achtung am Gleis 102. Ein Zug fährt durch. Ich wiederhole. Achtung am Gleis 102. Ein Zug fährt durch.